Oh, Ben zieht den Kopf ein. Das kann knapp werden. Oh, Reitrad. Nicht dafür hängen bleiben. Die Räder auf jeden Fall gut durchgelegt. Du bist auch nicht zu klein. Also die richtige Small World. Wie bei der Eisrutsche anstehen. Die hat ja sogar drei Hügel. Er hat gesagt, vorne ist doof. Aber er jetzt bremst. Vorne ist cool, hier ist ein Lounge. Die fährt ja voll smooth. Ja. Oh, yeah. Das ist sehr smooth. Außer die Kette. Die Reifräder. Der Lüfthilf. Die Reifräder. Der Lüfthilf. Hallo, ja. Hallo, ja. Hallo, ja. Hallo, ja. Hallo, ja. Mama. Wir müssen doch noch Air fahren. Wir müssen doch noch Air fahren. Es regnet schon wieder. Juhu. Ja. Ja. Wollt ihr noch eine Runde? Hey, fahren wir nochmal.